Ich komme immer wieder. 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 Geh mal den Sch... Geh mal den Sch... Schnellfeuer. Schauen wir sie jetzt alle. Ah, schnell, lass das Zeug einsammeln, bevor es sich auflöst. So, jetzt die Wache weg sein. Wache... 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 Keine Punkte... Ah, er hat wieder einen Punkt. Komm, auf die Gesundheit. Jo. Probe Retail... Pwache... Wache... 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 So, ansonsten geht es ja beiden ganz gut, oder? Von der HP her. Was ist das eigentlich? Da haben sie uns ja ein ganz schönes Brett noch mal vor die Burg, Gaun, angegnen. Das von jetzt reicht nicht. Wir sind wieder da. Um keine Lust mit mir zu reden. Das ist doch bestimmt ein Schatz dahinter, oder? Da kommt man gar nicht hoch. Was ist das Auge von Xyntia? Ein Wirtgegenstand, oder? Den kann ich hier rüber nicht erreichen. Den muss ich mir hier rüber. Da. Seltener leuchtender Mondstein. Sieht aus wie ein Tigerauge. Ewig herbstliches Zwielicht Aglorias spiegelt. Es hört sich jetzt nicht besonders mutig an. Aber naja. Vielleicht klug? Auf das Heer. Du meinst auf uns beiden. Ja. Von da bin ich ja gekommen. Und dann ist hier, und dann geht es nur noch hier lang. Ja. Ja, mindestens. Tschüss. Das ist vielleicht ein Händler. Okay. Gucken ob's da unten noch was gibt. Kann man hier ins Wasser fallen? Nee, nicht wirklich. Hier wollen einfach nur ein Rohr angeln. Auftrag erfüllt. Noch ein paar Erfahrungspunkte. Und wir schalten wieder um auf Standard-VG-Auflösung. Schalten wir. Pre-rendert. Und hier wieder. Endlich daheim. Das ist das Spiel. Und schau mal. Deutsch! Wow, Elko wird begeistert sein. Beinahe, im Grunde mal einen Trak zu entspannen. Lass das bloß nicht hierhören. Sie wäre zugeschockt. Es scheint erliebt seine Arbeit wirklich sehr. Stimmt's? Hm. Er ist regelrecht besessen. Ich denke deshalb kommt er so gut klar mit Mutter. Oh ja, deine Mutter. Meine Herrin. Wir sollten uns besser beeilen, was? Eilish, ich will nicht sagen, du sollst losgehen und kämpfen. Aber, danke, es war... Es war toll, stimmt's? Ja, ja! Jetzt sofort! Ein Rakeen-Rucksack oder was? Wir schalten ihn ein! Schaut! Schaut nur nach oben! Ja! Hört voll! Wunderbar! Was ist das? Ein Laser? Ein... ein... Kiroskop? Schwurbelteil? Fantastisch! Das ist eine reife Leistung, Elko. Ich hoffe, du gönnst dir jetzt mal etwas Zeit zum Ausruhen, hä? Haha, zum Ausruhen habe ich keine Zeit für dich. Es gibt noch viel für mich zu tun. Ich brauche noch mehr Kristalle. Und ich weiß jetzt auch, wo noch einer ist. Ich muss den holen. Irgendetwas ist falsch. Der Wärmeregler. Verdammt noch mal! Den muss ich ja noch aktivieren. Tal, ich erkläre es dir später. Ich reise nach Chadanimo! Chadanimo? Wie kommt es eigentlich, dass Elko so viel redet und noch nie etwas erklärt? Tja... Erklärungen erwartet man jetzt wohl auch von uns. Da hast du wohl recht. Tal... Wir haben sich verliebt. Was macht die Tür da oben? So... Ich bin zu Hause... Allein... ... 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